Hallo, ich bin Philipp von NoTime. Schön, dass ihr hier seid. Kommt mit, ich zeige euch, was wir tun. NoTime ist ein Technologieunternehmen in der Logistikbranche. Unser Ziel ist es, eine zeitgenaue Zustellung von Paketen am gleichen Tag zu ermöglichen. Wir haben Kuriere in acht Städten in der Schweiz, um unsere Kunden da möglichst schnell zu beliefern. Der ganze Prozess von Bestelleingang bis zur Auslieferung ist bei uns komplett automatisch gesteuert und unsere Kuriere sorgen dann in den Städten dafür, dass die Pakete zu den Kunden kommen. Eine Herausforderung ist es sicherlich, die 400 Kuriere, die wir in den Städten haben, zu administrieren und zu managen. Dafür versuchen wir möglichst viel zu automatisieren und zu digitalisieren und die Prozesse eben abzubilden. Um uns auf unser Kerngeschäft zu fokussieren, nämlich das Pakete liefern, haben wir uns auf EasyGov registriert.